Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für eine gerechtere, eine sozialere, eine offene, vielfältige und tolerante Gesellschaft, um Sie gleich mit den Grundsätzen unserer Verbandspolitik vertraut zu machen, falls Sie der Parität nicht ganz nahe sein sollte, wofür ich Verständnis hätte. Es hat mich wirklich gefreut, angefragt zu werden, hier beim Neujahrsauftakt einige Minuten mir Gedanken zu machen über die sozialen Herausforderungen, die Herausforderungen unseres Sozialstaats, die jetzt vor uns liegen. Deshalb, weil es ja in der Tat nicht nur der Start in ein neues Jahr ist. Es ist in der Tat der Start in ein neues Jahrzehnt. Das muss auch nichts Besonderes sein. Aber dieses Jahrzehnt, und da sollten wir uns alle darauf gefasst machen, darauf müssen wir uns konzentrieren, das sollten wir sehr ernst nehmen. Dieses Jahrzehnt wird sehr zwangsläufig und zwar unausweichlich von Verteilungskämpfen geprägt sein, wie kaum ein anderes in der Nachkriegsgeschichte, Verteilungskämpfe, bei denen uns, Sie sich noch erinnern können an die Auseinandersetzung um die Agendapolitik, geradezu harmlos vorkommen werden. Und das ist unausweichlich. Warum? Weil seit einer Woche die Babyboomer in Rente gehen. Das geht los. Das, was wir bisher am grünen Tisch uns überlegt haben, was passiert dann eigentlich? Da, wo wir bisher Kommissionen eingesetzt haben, die relativ folgenlos irgendwelche Ergebnisse produzierten, das wird jetzt ernst. Es wird passieren. Babyboomer heißt, eine Generation, die jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen in Rente schicken wird. Wir werden am Ende dieses Jahrzehnts aller Voraussicht nach über 3 Millionen Rentner mehr haben. Und wir werden gleichzeitig, wenn ich massiv politisch durch eine vernünftige Einwanderungspolitik gegengesteuert wird, wir werden 3,8 Millionen Erwerbstätige weniger haben. Das ist das, wovor wir mit Beginn dieser Woche vor diesem Jahrzehnt stehen als Herausforderung. Das heißt, im sozialen Gefüge, in unserem Sozialstaat wird es quietschen. Der wird unter Druck geraten, wie wir uns das kaum vorstellen können. Wenn wir vor dieser Entwicklung, dem Abgang der Babyboomer in diesem Jahrzehnt alles so lassen würden, wie es wäre, würden die Ausgaben unserer Sozialversicherungssysteme innerhalb dieser zehn Jahre von 690 im Moment Milliarden auf rund 970 Milliarden hochschnellen. Vor dieser Situation stehen wir. Die Sozialversicherungsbeiträge, wenn wir gar nichts tun, würden auf rund 45 Prozent steigen müssen. Und zwar, um einen Sozialstaat zu finanzieren, der uns allen, die uns Menschen am Herzen liegen, die uns allen, die wir alle mitnehmen wollen, die wir eine Gesellschaft haben wollen, die kein Zurückles nicht zufriedenstellen kann. Und selbst dieser Sozialstaat mit seinen Armutsregelsätzen, mit einem unzureichenden Rennenniveau, würde bereits Dimensionen verschlingen, die einen wahnsinnigen Druck auf das System ausüben werden. Das haben nicht nur wir begriffen, die wir uns mit Sozialpolitik auseinandersetzen, das haben auch die Neoliberalen begriffen. Und sie fangen jetzt schon an, wer aufmerksam, seit Jahresbeginn die Medien verfolgt, die Rufe jetzt nach noch längerer Lebensarbeitszeit bis 70 und all das, was jetzt gerade passiert, der Ruf nach weiterer Verschlankung auf dem Arbeitsmarkt, Abbau von Arbeitsschutzrechten, es dauerte nicht zwei Tage im neuen Jahr und alle diese Forderungen kamen. Was diese Forderungen ankündigen seitens der Neoliberalen ist in der Tat ein über die Sozialpolitik ausgetragener Verteilungskampf, der knochenhart werden wird. Machen wir uns nichts vor. Denn wir brauchen irgendwelche Lösungen. Es gibt nur zwei Lösungen. Das eine ist das neoliberale Konzept, man schleift die Sozialstaat weiter. Wenn wir uns darauf einlassen sollten, wenn wir nochmal die Fehler begehen, die wir nach der Jahrtausendwende begangen haben, dass man auf den Markt setzt, dass man Staat abbaut, dass man Soziales abbaut in der wagen Hoffnung, in dem Irrglauben, dann wird sich schon irgendwie alles erholen und allen würde es gut gehen. Wenn wir diesen Fehler jetzt nochmal machen werden und es wird uns gerade erzählt, wir müssten diesen Weg gehen von Neoliberalen, dann bleibt von diesem Sozialstaat nichts mehr über. Mit allen Konsequenzen, mit einer Spaltung mitten durch die Gesellschaft, nicht nur sozial, nicht nur regional, sondern vor allem auch politisch, das wird schlimm für Deutschland. Die andere Alternative kann nur darin bestehen und das ist auch für uns neu, dass wir wirklich Reformen machen müssen, die tragen große Würfe. Wir können nicht mehr als Menschen, die den Sozialstaat schätzen, die sagen, wir brauchen, die uns damit zufriedengeben, schlimme Dinge abgewandt zu haben, Kürzungen abgewandt zu haben, dafür gesorgt zu haben, dass die Lebensarbeitszeit in der Rente nicht bis 70 geht, dafür gesorgt zu haben, dass erstmal Moratorium beim Rentenniveau auf 48% da ist bis 225, das wird nicht mehr reichen. Wenn wir tatsächlich in dieser Dekade, wo die Demografie erstmalig ernst macht und wo sich diese Bevölkerung wirklich erstmalig, wirklich verändern wird und nicht nur in irgendwelchen Modellrechnungen, wenn wir diesen Sozialstaat retten wollen, wenn wir eine Gesellschaft erhalten wollen, die wirklich alle mitnimmt, die Armut nicht zulässt, die Menschen Sicherheit gibt, dann werden wir mutige Reformen abbrauchen, alles darunter tut es nicht mehr, dann brauchen wir Dinge wie Bürgerversicherung in der Gesundheit, dann brauchen wir Dinge wie Erwerbstätigenversicherung in der Rentenversicherung, dann müssen wir das über Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung neu darlegen, über Beitragsvermessungsgrenzen, alles, wir brauchen da mutige Reformen und die letztlich, die letztlich aber, da machen wir uns auch nichts vor fürs nächste Jahrzehnt, die nicht intellektuell ausgetragen werden. Es geht um Besitzstände. Die, die zu verlieren haben, wissen das und sie werden auffahren, wie wir uns das kaum bisher haben vorstellen können. Es wird eine Propagandaschlacht geben, die wird ungeahnt sein und die müssen wir aushalten, nicht nur das, da müssen wir was entgegensetzen. Wir brauchen Konzepte, wir brauchen vor allen Dingen aber auch Geschlossenheit dabei. Ich denke, wir werden dieses nächste Jahrzehnt sozialpolitisch aufgrund der demografischen Entwicklung, ich kann es nur noch immer wiederholen, die auch ins Gesundheitssystem durchschlagen wird und in die Pflegeversicherung. Wir werden diesen Sozialstaat nur über dieses Jahrzehnt retten, wenn wir ihn zugleich massiv verbessern. Wir werden ihn nur über das System retten, wenn wir ihn neu denken. Und das wird allerdings nur gelingen, wenn alle, alle, die guten Willens sind, alle, die nicht einem blinden Neoliberalismus hinterherlaufen, sondern die Grenzen dieses Marktes erkannt haben und die wissen, dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt gestellt werden muss, wenn alle diese wirklich endlich an einem Strang ziehen. Darauf wird es ankommen. Es wird darauf ankommen, der Sachverhalt ist doch ganz einfach, die Neoliberalen haben es doch so einfach, weil sie so schlicht sind. Alles, was Sozialausgaben sind, ist schlecht und alles, was Gewinne maximiert, ist gut. Das ist einfach dann die Truppen zu einen. Während auf der anderen Seite bei all denen, die für eine anspruchsvolle Sozialpolitik kämpfen, der Streit schon beginnt bei Centbeträgen, bei Prozentsätzen. Darf das Rentenniveau so hoch sein oder muss es so hoch sein? Darf der Regelsatz so hoch sein oder so hoch sein? So kriegt man keine Einigung hin. Die Linie muss stimmen. Wir müssen die Richtung vorgeben. Alle gemeinsam, die wir guten Willens sind. Wir müssen die Menschen mitnehmen, die da sind und von denen wir doch wissen, Sie haben doch längst erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Aber die Menschen, die Menschen werden wir nicht mitnehmen. Sie werden wir nicht mitnehmen, wenn wir sie permanent mit Fachdiskussionen und Pepita-Kleinem belavern. Das wird nicht klappen. Wir müssen sagen, was wir wollen. Wir müssen die Richtung sagen. Wenn wir sagen Bürgerversicherung, wenn wir sagen Erwerbstätigenversicherung, wenn wir sagen Hartz IV überwinden, wenn wir sagen keine Sanktionen, da müssen die Richtungen klar sein. Und nur so werden wir die Menschen gewinnen und nur so werden wir auch Bündnisse schließen können, alle miteinander, die wir wirklich diesen Sozialstaat über diese schwere Zeit nicht nur retten wollen, sondern die ihn verbessern wollen. Nur dann, wenn wir wirklich geschlossen stehen, wenn wir uns nicht in klein klein verhaspeln, wenn wir großmütig miteinander umgehen und die anderen wertschätzen, die doch alle irgendwie das Richtige dann wollen. Nur dann werden wir eine Chance haben, zusammenstehen zu können. Und nur dann werden wir eine Chance haben, so wie Sie es vorhin gesagt haben, die Menschen zu gewinnen für ein Anliegen, ihnen die Augen zu öffnen und dafür einzutreten, was sie denn wollen, nämlich ihre soziale Sicherheit. Nur dann wird das gelingen. Und eines hinzufügend, wenn ich sage alle mitnehmen, und das ist bei uns im Paritätischen ganz wichtig, da meinen wir auch alle. Wir haben nun mal im Moment das Problem, das ist im Moment, das setzt sich fest, wenn wir nicht aufpassen, dass wir erstmalig wieder in Deutschland eine Partei haben, die relativ unverhohlen die Ungleichwertigkeit und die Ungleichwürdigkeit von Menschen propagiert. Wenn wir einen Sozialstaat, der inklusive ist, haben wollen, dann gibt es keine Unterschiede zwischen Menschen. Dann ist es egal, wo sie herkommen. Dann ist es auch egal, welches Geschlecht sie haben, dann ist es egal, ob sie behindert sind oder nicht behindert sind, woran sie glauben oder woran sie nicht glauben. Alle, alle sind gleich wert und wir müssen aufpassen bei dieser Diskussion. Das fängt ja mit Kleinigkeiten an. Da werden Armutsquoten errechnet, wo die Flüchtlinge rausgerechnet werden. Dann wird gesagt, ja nun, denen ging es ja früher noch viel schlechter. Jeder, der bei uns ist, gehört zu uns. Und es ist dabei völlig, völlig egal, welchen Status er hat. Es ist völlig egal, auf welcher gesetzlichen Grundlage. Er ist Mensch und er ist meinesgleichen. Und das muss die Grundlage, denke ich, die zweite große Säule und Grundlage aller fortschrittlichen, humanen, humanitären und wertvollen Sozialpolitik sein. In diesem Sinne kann ich uns allen nur wünschen, dass alle die guten Willen sind, dass alle, die den Menschen im Mittelpunkt haben, dass die die Reihen schließen, dass sie gemeinsam es schaffen, aus diesem Jahrzehnt was Gutes zu machen, die Herausforderungen nicht nur bewältigen, sondern dass wir wirklich in zehn Jahren sagen können, wir sind stolz darauf, wir haben die Weichen neu gestellt, wir haben ein humanes, offenes, vielfältiges, tolerantes Deutschland. In diesem Sinne ein gutes Jahrzehnt. Vielen Dank.